so mein freund jetzt will ich mal mein zeug zurück haben ja ich meine gut ok ich habe angefangen aber darum geht es nicht freunde ich glaube er hat mich noch nicht gehört ich werde mir jetzt erstmal eine zeit lang hinterherlaufen Leute habe ich euch schon mal gesagt dass mein bow aim der größte Mist ist den ihr je gesehen habt so aber dennoch danke für den staff bitte sagen wir das gamma anmachen geht natürlich nicht ach komm ach loll was zum gärner mal geht er mit denen falsch alter dieses nighttime speed kann man sich mal geben ja loll hieß es nicht dass storage boxen mal anlockt sind oder ach ne 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 nevermind aber also ihr seht ja mal wieder ähm early game pvp ist echt nicht mein ding also das ist echt krass wie wenig ich da drauf klarkomme locker haue ich jetzt zehn jahre mit seiner scheiß kiste kaputt und da ist noch nichts drin ist halt echt nix drin naja gut nun und dann mein freund und kupferstecher ähm dackel ich mal gerade runter und so besser und dann dann und dann ja dann Alter, aber merkt ihr schon wieder diese fucking Hitbox? Den einen Hit können wir gegenrecken. Papier haben wir auch noch genug. Den Puppen uns als äußerst hartnäckiger Verfolger habe ich das Gefühl. Gut, willst du mal sterben? Okay. So, immerhin durften mittlerweile schon ein paar Leute auf diesem Server lesen, dass sie von mir getötet wurden. Da freue ich mich schon mal sehr drüber. So eine Kaka-Auktionsbox braucht doch auch keine Sau. Ich dackel jetzt mal weiter. Das einzige was ich wirklich immer noch bräuchte, was ich wirklich gerne noch hätte, wäre mal ein wenig Silk für Peitschen. Alter. So, ich geh mal gerade kurz ins Terz, Leute, und frag mal, was bei denen so abgeht. Ja, hey. Seid ihr auf dem Server? Ich bin drauf. Welchen denn? Ich mach schon fleißig Kills, äh, spielbar. Wo bist du denn gestorben? Äh, ich bin gerade ungefähr in der Mitte der Map. Ich glaube, ich bin ein altes Standard-Ding, Midlands, irgendwas gespawnt, und von da aus dann, äh, so ein bisschen rumgeeiert. Ich bin Süden 1 gespawnt, und bei mir ist ein Alu. Oh, nice. Ja, ich bin auch am Anfang gespawnt und direkt von, ähm, Raptor weggemacht. Wann gibt's auf Scorched Alus? Das wird modifiziert, die Spawns. Ach, ist das Scorch-Alus? Ja. Boah. Weiß nicht. Kann das eigentlich sein, dass mittlerweile alle Bären gleich viel Starmänner wiedergeben? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Nie ausgetestet. Pulver. Wir brauchen mehr Schießpulver. Okay, rest in pieces Typ. Die rennten Carpro hinterher, dann loote ich in der Zwischenzeit mal deine Base. Oh Gott, der Typ hat schon komplette Heidrüstung. Alter, das fuckt mir mal ab. So. Das, 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 das. Weitrüstung ist schon krass. Ja gut, also ich laufe halt hier in Kloth rum und... Digga, der hat mir seinen Jaboa hinterher geschickt. Alter. Der macht dich bestimmt. Ich bin jetzt ein richtiger Frechdachs und locke seinen Jaboa weg. Nice. Erstmal welche von ZOS killen. Ja, und ich hab kein Holz um meinen scheiß Bogen zu reparieren. Kann gut sein, ja. Nice, danke für den Bogen. Und weiter geht's. Dude. Jetzt reicht's aber dann langsam, ja. Wenn du ja anfängst, meine Rüstung zu zerschießen, dann... Werden wir aber gleich gar keine Freunde... Ist der Server grad komplett voll? Weiß das jemand? Nein, nein. Nein, nein, nein. Wir müssen kurz weg. 132 von 200. Also wir sind mal kurz weg dann. Hier hoch. Mal da oben, wo die bauen. Warte mal, Kaktus brachte auch. Den ganzen, ne? Stroh, ja. Nein, Wasser. Äh, ja, glaub schon. Ja, brauche ich. Erstmal Stroh denken. Nice, ich kann das Ding reparieren. Das zweite Pferd, was ich sehe, wo direkt nebenan ein Theri ist. Ich glaube, du ein Pferd hast. Nein. Ich wollte eins tame, daneben statt ein Theri. Jetzt hab ich noch eins gefunden, da steht noch ein Theri. Ja, lol. Man, Pferd, Tham, geht eigentlich. Hoffentlich nicht gleich zu High Level. Eins war 40, das andere hier ist 16. Äh, 40 ist ja ganz okay. Ja, 40 hat aber nur 3% Probeere gekauft. Loy. Ja, super. Halbige Stunde würde ich sagen. Ja, hab ich auch wieder aufgegeben. Okay, im Endeffekt braucht man ein Pferd, ne? Ja. Also ohne Pferd, genau. Das Problem ist einfach, ich brauche Wasser. Hä? Hä? Die Berries bringen auch Wasser? Hm. Ja, dann kämp' ich. Ja, ich dachte, das war of Scotsch Earth gar nicht, hm? Ja, doch. Aber minimal, glaub ich. Ja, ne. Es bringt einem nur so lange, was mir nicht zu warm ist. Oh, okay. 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 Das bringt irgendwie überhaupt gar nichts. Ey, das ist so geil. Die gibt mir einfach alle rum. Und suchen mich. Und suchen mich. Oh mein Gott, Fackeln. Das ist ja immer voll die nice Idee für die Nahkampf, äh, Geschichten. Fällt mir mal grad hier auf. Erstmal Fackeln. Ja, nicht lange Fackeln und die Leute anzünden. So, let's go. Nice. Alter, erstmal easy jemanden den übelsten Longshot-Header reingedrückt. Wollte grad sagen, mit der Fackel. Nee, nicht mit der Fackel. Wie lange läuft der Server? Durchgehend, oder? Ja, 22 Uhr. Ja, okay. Ich weiß halt nicht, was ich davon habe, weiterhin ZOS abzukämpfen, aber irgendwie macht's mir einfach Spaß, muss ich ehrlich sagen. Hast du einen Leon gekillt? Äh, ne. Okay. Wieso? Ja, ist ein Beiner tot. Seid ihr gespawnt? Oh Gott, da unten hat schon noch ein Pferd. Okay, gegen Pferd kannst du nichts machen. Doch, stimmt, hier gibt's ja Explorer-Notes. Die gehen mir übel, die XP. Ich glaub, er hat Instant 8 Level dazu bekommen. Ach, der Typ war noch gar kein Pferd. Ach, der Typ war noch gar kein Pferd. Ach, der Typ war noch gar kein Pferd. Und wie geht's dir denn so? Soll ich spawnen? Ich bin im Süden gespawnt. Okay. Davon ist noch ein Alu. Kennt ihr diese Felsen-Formation mit diesen spitzen Felsen? Ähm, ja. Ja, da bin ich, glaub. Okay. Da hinten rennt einer. Genau. Ähm, warte mal gerade. Hier steht ein Terry, da ist ein Pferd. Da ist ein Typ. Äh, es schießt gerade niemand auf euch mit nem Bogen, oder? Nope. Okay, ja gut. Ah ne, lol. Das ist gar kein... Hallo, das ist ein Rex. Ja, lol. Nice, Alter. Ich hab den Typen erstmal seinen kompletten Scheiß abgezogen. Richtig gut. Danke dafür, Heblali. Und mal noch nen zweiten Bogen mit. Oh, shit, der Rex aus dem Ding. Oh, shit, der Rex aus dem Ding ist. Oh, shit, der Rex aus dem Ding ist. Oh, shit, der Rex aus dem Ding ist. Oh, nice, wie der Typ sich gerade einfach im Prinzip selber in sein Verderben gesprungen hat. Alter Schwede, ey. Nice, der haben jetzt auch erstmal noch ne Rüstung gesponsert. Das finde ich schon mal richtig gut, alles. Oh, so ein Jabo ist so nützlich, was in Rex aus dem DTH kommt. Einfach das Jabo abwerfen. Ja, alles. Und weiter rennen. Erstmals fressen da lassen. Oh, Leute, da ist noch einer auf dem Pferd. Der wird eben, glaub ich, tame. Zwei Leute. Na, ich schreue ich mein Pferd gerade erstmal irgendwo hin. Nein, der hat schon getamed, lol. Oh, Gott. Ah, das ist so ein ZOS-Facker. Ich bin bei einer kleinen Base gespawnt. Das ist allerdings ein bisschen doof. Was für eine Base? Weil ich Gamer bin. Was für eine Base ist das? Weil ich Gamer bin. Stroh oder was? Ja. Kann gut sein, dass ich da auch war. Da ist ein Zweiter mit im Pferd. Oh Gott, ich bin schon überladen. Vielleicht. Da ist ein Stein zerfallen. Da gehe ich gleich hin. Ich muss sagen, also, weiß nicht, seit der Diskussion um unsere PvP-Aktion möchte ich eigentlich zuerst schon ab und zu mal ein bisschen killen. Wer ist das denn überhaupt? Ja, weiß nicht, auch ein YouTuber. Ich glaube, der hat so 20k oder so. Macht halt auch arg Zeug, hat aber... Ich weiß nicht, also, ich glaube zumindest, dass das ziemliche PvEler sind. Ähm, der hat aber auch, glaube ich, 2000 Spielstunden oder so. Weil er oben ist ein Pferd. Ich muss echt sagen, also, ich merke gerade vor allem, ähm, wegen... Einfach so, wie man durch die Gegend kommt und so, äh, dass mir Fallschirmen richtig da befehlen. Wie viel schneller man einfach wäre mit ein paar Fallschirmen. Die Frage ist, kann ich denen ihr Pferd mal eben totbow spammen? Eigentlich ja schon, oder? Geht eigentlich, ja. Wir müssen so, maximal 2k Leben haben. Hm. Ja, nicht mal 2k. Warum kriege ich keine Midi-Bows? Also, das ist auch bloß Level 20, ne, also. Baut an den Base auf. Komm, den möchtest du gerne haben. Jetzt war nochmal bei den Spitzenfelsen bist du. Im Süden. Da, ja, da bin ich, genau. Da sind aber 2 Leute mit 2 Pferden. Ja, aber ich könnte da mal ungefähr zu dir kommen, weil ich bin halt echt voll nah da dran. Alter, wie schnell mein Wasser erst mal getrained wird. Ich bin da, auf der Wüstenseite bin ich. Alter, wie schnell mein Wasser erst mal getrained wird. Auf der Wüstenseite bin ich dort. Loy, weil ich Gamer bin, hat mich. Ich bin weit überladen. Ich hab gerade am Craften. Das ist ein Arsch. Ja, super. Das ist ein Arsch. Das ist ein Arsch.